Geil! Wart das Licht aus! Nein, nicht so, nur ein Po... Scheiße! Ja, du bist fertig! Trotzdem, das war auch geil. So, jeder der will, kann sich da nehmen. Ich nehme noch mal rein. Ja, nimm dir ruhig. Warte. Willst du? Ja, warte. Schatz, ich hab Chickstummel rund. Achtung, jetzt alle! Warte! Letztes Fenster! Soll ich draufreißen? Nein! Was, Chickstummel? Na, wenn's noch an ist, dann nicht. Achtung, jetzt fliegt's nur grad ausgleich. Wow! Ja! Nein, ging so. Ach... Wart das, nachdem's anzündet das Licht aus? Licht aus! Achtung, wo ihr hingeht! Wo ist das? Ah, das war's! Ach... Ich fühl... Ich fühl mich jetzt schon, wenn's anzündet das Licht aus, okay? Licht aus! Ja, ich hab's jetzt nicht lassen! Scheiße! Achtung! Achtung! Scheiße! Achtung! 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 Licht drauf! Ah, leid du nix! Nicht! 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 Scheiße, der liegt! Nicht! Ah, okay! Nicht! Schnell Licht aus! Achtung! 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 Ich hab's gefühlt! Ich hab's gefühlt! Ja! Ja! Achtung! 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 Biss! Die Hände! Die Hände! Film,らい! Die Hände! Die Hände! Die Hände! Die Hände! Achtung! Scheiße! Wir haben Zeit kauf! Scheiße! Achtung, Gabby! Hab mal Angst! Scheiße! Liefer weg! Geh nicht so weit! Mach ab! Es kann gleich explodieren vielleicht! Ich hoffe, dass es überhaupt nicht so ganz explodiert! Dann nehmen wir das Feuerzeug da! Packt eure Würstchen und Marshmallows aus! Grillmatik! Nein, Peter brechst einfach nur so aus und ich weiß nicht! Ja, jedenfalls! Keine Ahnung! So, machen wir weiter! Nimm eine Rakete lieber mit, die kannst du entzünden! Mach das Licht! 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 Pfähn! Geh nicht! Geh nicht! Geh nicht! Geh nicht! Geh nicht! Wo ist sie denn? Oder? Einfach, wer ich auch noch nicht! Ja, weißt ihr, wir sind fast alle krank! Ja! Achtung, dass es meine Jagd gibt! Genau, wo du grad stehst! Merced Eim was, Freuer ist schon da! Oh, es ist schon einen Zünd bija! Ja! Na, geht schon! Das hat wenig. Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an. Okay, geht schon nicht. Ja, trotzdem. Geil, das hat funktioniert. Licht. Wart das, Wart das. Auf die Rauchbeuge. Ja. Wow. Auf den Boden, Licht, Licht. Licht. Oh, das ist zu dicht. Das Licht. Okay, wir tun. Kevin? Ah. Scheiß, Dreck. Das Geile ist, ich hatte Explosion sogar drauf. Das ist, warte. Warte, da soll man sich auskennen bei dem Tal. Das explodiert eh nicht. Das ist nur Vulkanparate. Warte, ich habe nur diese eine Vulkanparate. Warte kurz. Gleiches, fertig, fast. Wuhu. Ce-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Wuhu. 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 Ja, Hammer. Wuhu. Wuhu. Das war schon davor so, glaube ich. Nein, oder? Ja. Keine Ahnung. Scheiße. Warte. Warte. Machst du Licht? Warte, ich halte. Hm. Feuer frei! Feuer frei! Feuer frei. Was ist ein Feuer zu tun? Ja, mein Feuer zu tun. Machst du Licht? Warte. 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 Feuer bitte. Feuer, Feuer zum ersten, zum zweiten. Wie viele wollen wir noch Feuer geben? Danke. Ah, Feuer. Ohne Licht war das bitte. Achtung! Achtung und genieß die Schuhe. Nicht ausmacht das. Was? Scheiße, wo ist das? Ich habe das Licht, Licht. Ich habe das Licht. Scheiße, das war knapp. Das war bei meinem Ruck...Jetzt weiß ich, was Feuer gefangen hat, fast mein Rucksack. Ach, so. So, jetzt ist es bei mir schon beim Filmen. Jetzt schnell weg! Ich filme schon nicht drauf und wenn es zündet ist... Oh, Scheiße! Oder? Nein, es fliegt eh dort. Oh, Scheiße! Du musst die Kamera! Ich dachte... Ich dachte, du würdest so das so machen. Ich weiß nicht, der Ruckstuhl ist das ganz schön. Wo ist das gerade? Was? Was? Dave! Achtung! Winkt den Ruckstuhl ist das manchmal. Achtung! Aber einfach was! Scheiße, das war geil! Wie lang ist es? Licht aus jetzt! Aber Achtung, wo ihr hinrennt! Achtung jetzt an alle! Oh, Scheiße! Es geht gleich los! Oh, Scheiße! Wo ist das? Oh, Scheiße! Achtung! Scheiße! Achtung! Führerfahrt, Führerfahrt, Führerfahrt. Führerfahrt, Führerfahrt, Führerfahrt. Führerfahrt, Führerfahrt, Führerfahrt. Führerfahrt, Führerfahrt. Führerfahrt, Führerfahrt. Führerfahrt, Führerfahrt, Führerfahrt. Führerfahrt, Führerfahrt, Führerfahrt. Führerfahrt, Führerfahrt. Führerfahrt, Führerfahrt. Führerfahrt, Führerfahrt. Das fliegt ins Wasser. Führerfahrt, Führerfahrt. Führerfahrt, 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 Führerfahrt. Führerfahrt, Führerfahrt, Führerfahrt. Führerfahrt, Führerfahrt. Führerfahrt, Führerfahrt. Führerfahrt, Führerfahrt. Führerfahrt, Führerfahrt. Und dann so schütteln? Nicht schütteln! So deppert! Wie lang soll ich noch drehen? Es geht was, kann ja was nicht. Ach ja! Du drehst wie die falsche Richtung! Ich mein halt bei Flaschen öffnen! Ah, nicht! Das ist die falsche Richtung gedreht, du Idiot! Entschuldigung! Ich hab die ganze Zeit da entstanden! Das geht jetzt nicht! Das geht jetzt sowieso nicht, das ist uhrfest zugedreht! Mach ich, mach das! Bloß in die Richtung! Mach los, mach rechts! Und er dreht und dreht... Und dreht gleich durch! Ja, brauchst du so lange auch bei deinen? Hey! Pass auf, wenn ich noch ne Flasche! Ja! Dann halt dich mit deinem Verwandten! Mit was? Mit deinem Verwandten ne Flasche! Ja klar, wer macht die Flasche auch? Das ist ja dein Verwandter! Ja, das passiert, wenn man keine Flasche... Wenn man eine Flasche isst! Ja, das passiert, wenn man keine Flasche... Wenn man eine Flasche isst! Klopp, klopp! Ich dich sieht, man kaum von den Flasche... Nein, ge weg! Okay! Man sieht eh kaum jemanden, außer von den Flasche... Bäh! Bäh! Es ist falsch! Man sieht kaum jemanden! Oh, was soll's? So! Pyrofahrt! 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 Wow! Was heißt du, deine Maschine? Pyrofahrt! Da hat sie schon leer! Was ist das ein bisschen? Haha! Weg weg! Geh jetzt! Oh! Feuer! Und durch! Oh, scheiße! Safe! Entschuldigung! Entschuldigung! Es hatte Brand deswegen! Okay! Mach! Entschuldigung! Es hat Brand deswegen halt! Entschuldigung, dass ihr Weg dran habt! Entschuldigung! Mach dir nix! Entschuldigung! 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 Hand her! Entschuldigung! So, jetzt mach ein Video! Hä? Du rauchst da Römerlichter! Der Patas raucht Römerlichter! Der Patas raucht Römerlichter! Ah, meint sie schon aus! Oh! Ich denk mir, meint sie es aus? Werf weg, dann geht's jetzt recht los! Okay, jetzt ist man es ausgleich! So, wir haben noch... Wir haben noch zwölf Stück Römerlichter! So! Wann das vorhin die Römerlichter, die du uns gegeben hast? Wann das alle von deinen Packungen? Ja! Okay! Ja, warte! Gib her! Was ist eh wegen Fingernagel? Von mir! Da ist schon offen! Okay! Das war doch Handsome da. So away Aber dass vorhin, das ist, das ist, das Licht hier ist! Da war einfach das Papier auch damit! Das ist ehmalsiscuitend! Ah, ist doch nicht. So. Aber es geht nicht. Noch ein besseres Feuer. Warte, ich probier mit Sturmverzeug. So. Ah, 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 ah. Äh, braucht ihr noch ein Feuer? Nein, es geht gleich. Das braucht man selbst, das abkommt halt. Prümerlichter sind je noch da. Ähm, was ist selten... Ich glaub ja, ja, römische Licht halt, sowas. Ja, vielleicht eh von den Römern, alten Römern, sowas bin mir nicht sicher. So, Leute, jetzt kommt das große Finale mit einer Megabatterie, die hat 72 Schuss, mit zwei Trägenfeier, jeweils hat ein Feuer, 19 Schuss, das sind 38 Schuss, mit 72 Schuss sind das 110 Schuss, oder? Ja, 110 Schuss. Und jetzt, äh, da tue ich die Fackel dann noch anzünden. Und, ja, jedenfalls Silvester haben wir gefeiert. Feiern wir noch halbwegs. Und, ja, das Chameleon seit einem Jahr schon gibt, auch wenn Skal nicht mehr, oder Skalmanns nicht mehr dabei ist. Ich hab früher nur gesagt, dass mit Mitgründer, weil ich dachte, mach ich ihm eine Freude, falls bekannt wird, dass er vielleicht wegen Mädchen halt hat. Mittlerweile habt ihr schon eine Freude. Wir sind nicht mehr erfreundet. Ja, Entschuldigung. Ähm, ich bin halt alleine als Chameleon, aber was soll's. Da ich ein Chameleon bin, kann ich gut mich anpassen und beantwortungsanpassen. Ja, Entschuldigung. Was ist eh Chameleon? Nein, ja schon, das ist ja was. Kannst du noch Pause dabei? Nein, kannst ruhig weiterfilmen. Das ist bei mir halt wegen Youtube was eh. Okay, und jetzt geht's los. Alle, die rennen wollen, rennt schon mal. Das sollte Fackel. Nein, bitte nicht. Nee. Scheiße. Nein, das ist zu... Das braucht viel länger. Da braucht man jeden von... Fast jeden von euch. Ah, jetzt geht's fast. Okay, Leute. Ich probier jetzt da alle... Jetzt weg! Ich probier's mal! Okay, so, ich hab die Fakten, ja scheiße, Fakten ist aus. So Leute, das war's jetzt, ähm, ja, an alle, schönes neues Jahr und das ganze, ja, ja, jeder, jeder will was sagen oder keine Ahnung, äh, ja, schönes neues Jahr, ja, scheiß auf Batters drauf, na, du scheiß auf Fliege, Ja, komm mit dem T-Buch, die, äh, Klubbürste, vielleicht, ja, ich kauf mir vielleicht morgen eine, die sprüht dann Gold an und die fährt dann mit in der Limo, was? Ja, das ist ja ein Stativ, haha, nee, er kommt eher auch mit, aber die Klubb, aber die Klubb, zu dem, wo ich film noch, aber was soll's? Schau mal nach der Burger-Kinora von der Dino. Ähm, Burger-Kin hat vielleicht schon zu. Können wir auch schon. Ja, können wir auch schon, hm? Ich hab nicht mal Hunger. Ich auch nicht. Ja, obwohl ich zuletzt, weil ich eh bei mir zu Hause und Pizza hab was gegessen hab und etwas Käpport. Ja, aber nein, ich hab schon gemessen. Ja, man, ich hab nur gegessen, aber so witzig, die anderen wollten gehen. Du weißt, ich bin noch, passäh. Ja, die anderen wollten gehen und sind dann kurz rauskriegen und ich hab, die gehen jetzt da und die müssen da zahlen, dann hat sich jeder beeilt und ich so mein so, ja, ihr wartet eh noch hoffentlich. Und ich so, ja, ja, und dann zahm ich, ja, mich nicht. Und dann hab ich gesagt, aber dann war's halt eh so, dass dann alle gezahlt haben. Okay, passt. Okay, dann, das war's mit Video jetzt. Und, ja. Ciao. Ich mach ein Video gleich. Ja, ja. Ich hör mich mit Loran. Kommt, der ist Däbchen. Wir haben drüber aufschmeißen. Wir haben drüber aufschmeißen. Boah, seht das scheißlich, der schlechte Jede. Ich mach ein Video gleich. Ja, mit deinem Video, ja. Keine Ahnung. Seht's, wo ich bin auch halbwegs angehattert? Was? Hm. Wer Spocker, wer ein Armer? Ja. Doch Spock den, den Hosenscheißer. Und du wie ne Scheißhausfliege. Ich bin auch stolz drauf. Scheißhausfliege, du. Ja. Was ist dagegen? Nö. Wenn? Ja, doofa. Falls K-Pop-Geschäft noch offen hat, kaufe ich mir was. Hoffentlich hat's noch offen. Ich will mir was kaufen. Na, sag das nicht. Off, man. Passt. Kaufen wir uns den noch. Ja, okay. Ich seh's doch noch. Ich traf mir eh. Halt.